Vintage ist einer der großen Trends im Dachbereich. Wir haben ein neues Produkt auf dem Markt, das ist der Vintage Ziegel. Das ist ein Produkt, das mehr oder weniger einen schäbischig, einen Vintage-Look erzeugt, hier in Holzschindeloptik. Für mutige, für ästhetische Kunden. Wir haben jetzt sehr viele Nachfragen nach diesen Produkten, wo Kunden einfach einmal weg von der traditionellen Dachfarbe gehen wollen und in etwas Mutigeres gehen wollen und wir haben mehrere Preise bereits mit diesem Produkt gewonnen, unter anderem Design-Architekturpreis und das ist etwas, was uns sehr viel Freude macht. Das Thema Fassade ist gerade bei diesem Produkt sehr interessant. Die Referenz, die hinter mir zu sehen ist, ist ein Produkt, wo Dachfassade aus einer Hand eigentlich gestaltet wird, wo keramische Fassade auch verwendet wird, um einen einheitlichen Look der ganzen Gebäudehöhle zu geben. Wir haben ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das ist der Porotherm WI, wobei das WI für Wärmedämmung inklusive steht. Das ist ein Produkt, wo bereits die Wärmedämmung, die man sonst vor dem Ziegel klebt, bereits in den Ziegelkammern inkludiert ist, mit dem Vorteil Zeitaussparnis, man hat keine Umweltbelastung auf der Wand drauf und man hat gleichzeitig die perfekte Wärmedämmung und Energieschonung. Musik Musik Musik